Die Anamnese ist die professionelle Erfragung von medizinisch potenziell relevanten Informationen durch einen heilberuflich Tätigen, bei der entweder der Patient selbst antwortet oder eine dritte Person. Die Anamnese ist eine wesentliche Säule der Diagnosestellung und kann unter anderem Fragen nach Vorerkrankungen und Allergien, familiären Erkrankungen, Beruf, Medikamenteneinnahmen, Risikofaktoren, Sexualverhalten, Reiseverhalten und subjektiven Beschwerden beinhalten. Sie ist in allen medizinischen Disziplinen von hoher Bedeutung. Geschichte Im Korpus Hippocraticum kommt der Begriff Anamnese nicht vor. Der hippokratische Arzt befragt den Patienten nicht systematisch, sondern nur sporadisch. Die Krankengeschichte dient nicht der Diagnose, sondern der Prognose. Das erste Werk, das sich ausschließlich mit der Befragung des Kranken befasst, stammt von Rufusch von Ephesos. Im Mittelalter spielt die Anamnese keine Rolle als Mittel zum Stellen einer Diagnose oder Prognose. Erst Rassis verwendet den Begriff wieder wie Rufusch. Er beklagt, dass Ärzte Kenntnisse benutzen, die sie von Dritten über den Patienten erlangt hätten, um ihn mit vermeintlicher ärztlicher Erkenntnis zu verblüffen. Erst Montanos fordert, der Arzt müsse mit dem Kranken selbst sprechen, um alles zu erfahren, was für die Erkennung der Krankheit wichtig ist. Damit wird erstmals die Anamnese mit der Diagnose verknüpft. Das Erheben der Krankheits- und Krankengeschichte wird im 17. und 18. Jahrhundert zu einem festen und geforderten Bestandteil der Diagnose. Girolamo Capivaccio und Possevinus schreiben erste Monografien, mit denen die Anamnese zur gezielten Anamnese wird. Boerhave stellt in seinen Krankengeschichten die chronologisch geordnete biografische Anamnese vor den Untersuchungsbefund. Für Stahl und seine Anhänger ist die Anamnese eine Art Beichte, da der Mensch für seine Sünden irgendwann krank wird. Die Anamnese wird im ausgehenden Barock der Pathologie zugeordnet. Unwichtig ist, ob die Vorgeschichte durch Fragen oder anamnistische Zeichen und Symptome erkannt wird. In der Darutz-Encyclopädie gehören die anamnistischen Zeichen zur Semiotik gleichrangig mit den diagnostischen und prognostischen Zeichen. Deutsche Abhandlungen zur Praktik des Krankenexamens aus dem Zeitalter der Aufklärung verbinden Anamnese. Kathartische Selbstdarstellung des Patienten und den aktuellen Status des Patienten. Schönlein und Wunderlich fordern im Gegensatz dazu, die subjektive Anamnese vom objektiven Befund zu trennen, dem Befund wird Priorität für die Diagnose zugewiesen, Inhalt und Formen. Der Inhalt einer Anamnese entspricht der momentanen Erinnerung, die Erhebung ist immer situationsabhängig. Der grundsätzliche Ablauf ist aber häufig gleich. Es wird nach aktuellen und vergangenen körperlichen Beschwerden gefragt sowie nach bisherigen Behandlungen und nach der Einnahme von Medikamenten. Informationen über körperliche Belastungen während der Arbeit oder in der Freizeit. Ernährungsgewohnheiten oder Auslandsaufenthalte sollen ebenfalls Hinweise auf Ursachen von Gesundheitsstörungen liefern. Weitere Teile der Anamnese sind Fragen nach dem psychischen Befinden und nach der sozialen Position des Patienten. Nach dem Inhalt der Befragung unterscheidet man folgende Formen psychosoziale Anamnese, Familienanamnese, soziale Anamnese, sexuelle Anamnese, Suchtanamnese, biografische Anamnese, allgemeine Anamnese, Medikamentenanamnese, körperliche Anamnese, vegetative Anamnese, Ernährungsanamnese. Ferner kann man danach unterscheiden, von wem die Informationen stammen und entsprechend von Eigen- oder Fremdanamnese sprechen. Die Eigenanamnese ist das Ergebnis der Befragung des Patienten. Die biografische Anamnese umfasst darüber hinaus die gesamte Lebensgeschichte des Patienten. Eine sorgfältige Erhebung schließt biologische, psychische und soziale Fragen ein. Die Informationen, die dabei gewonnen werden, erlauben oftmals Rückschlüsse auf Risikofaktoren und kausale Zusammenhänge. Die Fremdanamnese entsteht aus der Befragung von Personen aus dem Umfeld des Patienten. Sie kann wichtige Zusatzinformationen zutage fördern, da außenstehenden Dinge auffallen, die der Patient selbst nicht wahrnehmen kann oder will. Bei Personen, die sich nicht ausreichend verständigen können, ist sie oft einziges Mittel, um Informationen zur Krankengeschichte zu erhalten. Von Bedeutung ist die Fremdanamnese zudem im Hinblick auf Informationen, die der Patient selbst nicht bieten kann, weil sie beispielsweise nur während des Schlafs auftreten. Gefragt wird unter anderem nach dem Familienstatus, dem Beruf sowie nach der Religionszugehörigkeit. Die Familienanamnese ist Teil der Eigen- oder Fremdanamnese. Informationen über die Verwandten eines Patienten können Aufschlüsse über Erbkrankheiten und Anfälligkeiten für bestimmte Erkrankungen bieten. Dies gilt beispielsweise für das gehäufte Auftreten von Tumoren, Allergien, Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychischen Störungen. Mit der Sozialanamnese soll die soziale Position des Patienten erfasst werden. Auch im Rettungsdienst gehört eine umfassende Anamnese zur Arbeit am Patienten. Weit verbreitet ist im präklinischen Bereich die sogenannte Zämpel-Eselzbrücke. Diese kann durch das R ergänzt werden.